Tag, Servus, Morgen und Hallo zum Donnergurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und jetzt mal wieder Zeit für ein paar Trigger. Die Märztrigger, es sind gar nicht so viele Sets, die mich gerade wahnsinnig triggern, aber einige davon dafür umso mehr. Und besonders auch ein paar, ganz zum Schluss noch ein paar Lego-Sets, die dieses Jahr vom Markt gehen werden, auf die ich auch immer noch ein Auge werfe. Aber fangen wir mal mit an, was, glaube ich, jedem in meinem Alter, der diese Filme liebt, triggert, ist, ich schalte um, der DeLorean von Lego, der zum 1. April erscheinen soll, mit einer Teilezahl von 1872 Teilen. Kann man davon drei Versionen das DeLorean bauen. Die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft wird es von Lego genannt. Die 10300 ist die Nummer. Es wird als Creator-Set erscheinen. Alter 18 Plus Empfehlung. Und das ist ein Teilepreis von knapp 10 Cent. Und es ist sogar noch Marty McFly und Doc Brown mit drin. Die Schachtel sieht schon mal, ja, typisch nach 18 Plus aus. Schön in schwarz. Und das macht erstmal, ja, viel Beleuchtung für das, dass am Schluss dann ein kleiner Lightbrick drin ist. Aber Blitze müssen auf der Schachtel sein. Der sieht schon sehr cool aus. Bin sehr gespannt. Es gibt ja von G-Star oder von ein paar anderen auch ganz spannende Mocks, die mich eigentlich auch schon immer reizen. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir den am 1. April hole oder nicht. Aber der wird auf jeden Fall entweder gleich jetzt relativ schnell über Lego bestellt oder ich warte doch, bis er in freien Handel kommt. Weil den kann man wahrscheinlich, gut 170 Euro ist die UVP, den kann man dann bestimmt so für 130, 135 irgendwann mal schnappen. Und dann fühlt es sich natürlich noch besser an. Aber schon sehr muss ich haben. Denn ich finde ihn sehr schick. Das ist die Version 1 mit dem Haken oben dran. Also aus dem ersten Teil, wo sie dann den Blitz in den, ja, in den schönen DMC ballern. Und hier haben wir die Version 3. Das ist die aus der Western-Version, wo dann vorne die Kiste drauf ist. Hat interessanterweise auch andere Radkappen. Hab den dritten Teil nicht mehr so am Schirm, muss ich sagen. Und dann haben wir hier die zweite Version mit den eingeklappten Reifen, mit denen er fliegen kann. Und oben ist dabei, ja genau, hier haben wir bei der, beim ersten Teil haben wir noch nichts, wo man Bio-Müll reinwerfen kann. Hier haben wir dann schon den Bio-Müll. Beim dritten Teil natürlich auch. Und hier beim zweiten auch. So, von hinten sieht das auch ziemlich cool aus, wie ich finde. Und dann gibt es diese tollen Figuren, wo ich es ein bisschen schade finde, dass der Doc Brown die Version aus dem zweiten Teil ist. Da hätte ich als jemand, der das allererste Vorgänger von Ideaset und Dimensions oder wo es die noch gab, der den leider nicht hat, ihn weiß. Jetzt ist er hier mit seiner coolen Brille und dem Geld drin. Auch cool. Aber die Version 1 hätte hier vom Doc Brown besser gefallen. Schreibt gerne mal unten rein, wie es euch damit geht und wie hoch der Trigger bei euch ist. Freut mich immer, wenn es andere Leidensgenossen gibt da draußen. Dann gibt es noch ein bisschen Klimbim drumherum, ein bisschen Protonium, das Hoverboard, dann unterschiedliche Kennzeichen und natürlich ein bisschen Biomüll, den man da reinstopfen kann in den späteren Verlauf. Genau, von hinten sieht man dann, hier jetzt schwer zu sehen, auf der rechten oberen Seite, dass ein Lightbrick drin ist, der die Zeitmaschine antreiben wird. Ja, und dann haben wir hier die drei Versionen, die typischen Lego-wichtigen Bilder. Hätte mir fast ein bisschen, wenn man jetzt mal den Ecto-1 nimmt, dann hätte ich mir ihn fast noch ein bisschen größer vorgestellt. Aber bin mal gespannt, wenn er dann vor einem steht, aber nicht doch auch beeindruckend aussieht. Genau, das ist so ein Set, das triggert sehr. Ist auch komisch, dass es... Also man kann natürlich nicht drei Versionen gleichzeitig bauen, sondern nur eine davon. Aber es ist erstaunlich, wie kurzfristig das jetzt aufgeploppt ist. Also es hat schon längere Rumor, dass der dieses Jahr kommen soll. Aber ja, tatsächlich jetzt erst einfach zwei Wochen vor Release kam das dann. Dann ist bei Blue Bricks ganz vor kurzem dieses Set rausgekommen. Ein neues Blue Bricks Special, die moderne kleine Yacht. Und ich bin jetzt so nicht der Maritine-Fan und bin auch nicht extrem wasserfest, was so auf Schiffen betrifft. Da macht mein Magen nicht immer mit. Ich habe auch nicht mega viel Erfahrung damit. Aber da ist halt mal was anders als die Autos. Von daher finde ich es so modular, wie es ist, gar nicht unspannend. Und kann durchaus sein, dass ich mir das holen werde. Denn das sieht schön eingerichtet aus. Und da ist einiges geboten, habe ich das Gefühl. 2000 Teile für knapp 90 Euro. Kann man auch nicht viel meckern, wenn es vernünftige Teile sind. Wer findet das cool, diese Yacht? Das Fischerboot habe ich mir noch nicht geholt. Das steht auch immer noch so auf der Liste. Aber da haben schon so viele Videos zu gemacht. Da dachte ich mir, brauche ich irgendwann mal, wenn ich Lust habe. Und bei dem bin ich durchaus, wenn ich gerade nicht so viele andere Projekte am Start hätte, wäre es schon hier. Sagen wir mal so. Aber das ist jetzt nichts, was mich super als Modell triggert. Aber weil es halt einfach mal was anders ist und ein Blue Bricks Special ist. 2000 Zeile. Der Marco P. ist, glaube ich, der Italiener von Blue Bricks, wenn ich mich nicht ganz täusche. Der spannende Modelle schon gemacht hat. Und wer holt sich's? Gerne unten reinschreiben. Dann kommt von Blue Bricks eine neue Welt. Die Piraten sind da in der Ankündigung. Und da sind auch, sind alles Blue Bricks Specials, wenn ich es richtig in der, ähm, im Kopf hab. Und zwar drei Sets, die da bisher jetzt in der Ankündigung stehen. Die ich alle drei sehr schön finde. Wir haben hier die Gouverneursinsel Taverne mit 1500 Teilen. Preis noch nicht bekannt. Auch vom Marco P. designt. Wie gerade die Yacht auch. Das ist ein schöner kleiner Berg, der da ein kleines Häuschen draufsteht. Da kann man sich, glaube ich, schön was draus bauen. Hier auch weiße Raketen, ne, silberne Raketen, graue Raketen, äh, Raketen, ähm, sieht fast, ne, ist Light Blue, Grey, wahrscheinlich. Genau, Kanonen, so heißen sie, Kanonen. Aber finde ich schön mit dieser, mit diesen zwei Palmen. Könnte gut werden. Dazu kommt dann noch diese kleine Pirateninsel mit 961 Teilen. Auch von Marco P., die hier sehr modular aussieht. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das nett wird. Und besonders dann eben mit der Insel zusammen gut aussieht. Und da kommt noch was. Und zwar noch ein kleineres passendes Set mit der Pirateninsel, Insel mit Floß. Und noch so eine, kann man noch so eine kleine Vorinsel bauen, wo, ja, mit 318 Teilen geht da was. Aber, das war die Blue Bricks Version, die angekündigt ist. Und dann kommt da noch mehr. Und zwar von Rio Bricks sind einige, drei große Sets angekündigt. Zu so einer Piratenwelt, der Pirate Bay. Das sieht schon mal sehr cool aus. Also im Grunde so ein bisschen wie das, was man beim Creator 3 zu 1 Set als eine Version bauen kann. In klein, diesen weißen Totenkopf. Finde ich auch sehr cool. Und das ist eine ziemlich fette Serie, die da kommen wird. Da werde ich auf jeden Fall, je nach Preis, zuschlagen. Weil das sieht schon ziemlich cool aus, was da daherkommt. Von den Details bis, oh, man kann sogar den Mund öffnen. Oh, hier mal wieder Minifiguren. Wird spannend. Ich weiß gar nicht, ist diese Version, diese Skelett der Minifigur auch geschützt noch über die 3D-Marke? Oder ist es eh nicht geschützt, weil es halt einfach Teile sind, die zusammengeklemmt sind? Wer das weiß, unten gerne reinschreiben, ob das als Minifigur zählt oder nicht. Ja, da ist echt viel Liebe zum Detail, habe ich das Gefühl. Mit 2960 Teilen geht da auch einiges. 80 Zentimeter breit, wenn man so nebeneinander stellt. Das ist mal ein Monster, der gut aussieht. Was kostet der gerade bei Joy? War nur im Pre-Sale, mal schauen, was es dann am Schluss kosten wird. Da kommt noch mehr dazu. Und zwar kommt da noch die Royal Bay. Die gehört auch zu dieser Serie, habe ich das Gefühl. Und ist dann noch... Irgendwas muss ja angegriffen werden von den Piraten. Von daher haben wir hier eine durchaus mächtige Burg oder Schloss, wie man es auch immer sehen will, auf dem auch schöne Details sind. Die auch wie so ein Klopper aussieht. Mit 4168 Teilen auch kein kleines Set. Bin gespannt. 51 x 53 Zentimeter. Das ist weit über... 43 weit über einer normalen Baseplate. Das ist ein ganz schönes Monster, das Ding. Bin ich gespannt. Wenn man es ausklappt, dann fast einen Meter. Sieht geil aus. Finde ich. Wie findet ihr die Dinger? Hat jemand Erfahrung mit Rio Bricks? Ich habe noch nichts gebaut. Davon muss ich zugeben, weil mir die meisten Sachen jetzt immer so... Ja, zu Spielzeug aussahen. Aber das hier sieht schon sehr amtlich aus. Gefällt mir. Und triggert so ein bisschen. Und da ja irgendwas an diesen ganzen Dingern anlegen muss, gibt es auch noch zwei Schiffe. Ich zeige jetzt nur das eine. Denn der rote Pirat, Pirate Revenge. Ich muss sagen, in meiner Kindheit einer meiner Lieblings-Drei-Frage-Zeichen-Folgen war die roten Piraten da in der Bucht. Und deswegen fühle ich mich von diesen roten Ziegeln sofort angesprochen. Irgendwann muss ich mal so ein Monsterschiff bauen. Ich habe noch keins gebaut. Ich habe nur das Creator 3 zu 1 Pirat-Schiff gebaut. Die Pirate Bay traue ich mich nicht mehr auspacken. Oder ist mir zu teuer, um sie auszupacken. Deswegen. Und ist auch nicht diese Liga an Schiffen, muss man auch sagen. Da ist auch viel Detail geboten. Und sieht auch nach einem schönen Schiff aus, wie ich finde. 87 Zentimeter Länge. Braucht man auch den Platz mit den zwei anderen Sätzen, wo sie anlegen kann. Was hat die an Teile? 3066. Schönes Teil, wie ich finde. Gibt es noch eins mit schwarzen Segeln. Und ja, triggert. Triggert. Auf jeden Fall. Dann ein Trigger, der schon zugeschlagen hat. Ist von Kader ein neues Häuschen. Und zwar der Steam-Bahn-Shop. Der hoffentlich sehr cool neben das Initial-D ein Tofu-Shop passen wird, hoffe ich. Von der Größe her. Kleines Modular-Building. Von der Fläche her, das ein bisschen in die Höhe geht. Sieht erstmal irgendwie unspektakulär aus. Und dann doch irgendwie ungewohnt. Bin gespannt. Bestellt ist es schon. Aber aufgrund dessen, dass in Shenzhen gerade der Hafen geschlossen ist, wegen Corona mal wieder, wird es noch ein bisschen dauern. Aber auf das Set freue ich mich. Wer weiß, wann es nach Deutschland kommt. Denn das Treehouse von Kader dauert noch, bis es kommt wohl. Und da rumort schon, dass es Juli, August werden könnte, bis es nach Deutschland kommt. Warum auch immer. Aber das sieht nach einem schönen kleinen Häuschen aus. Da freue ich mich drauf. 1108 Teile ist jetzt so ein Zwischenhäppchen für so ein Häuschen, sage ich mal. Genau. Dann ein Boba Fett Set, das im März rauskam. Das auf jeden Fall noch her muss. Und natürlich triggert, da ich es nicht gleich am Release-Tag gekauft habe, warte ich jetzt auch bis ich ein vernünftiges Angebot finde. Boba Fetts Thronsaal. Der kommt auf jeden Fall irgendwann. Und ich glaube, der beste Preis, was ich bisher gesehen habe, waren 67 Euro oder so. Und zu dem Preis werde ich jetzt irgendwann dann auch mal zuschlagen. Denn das ist zwar noch ewiger Markt, aber man muss es ja dann haben. Das waren gerade mal so die aktuellen Trigger. Und dann, es sind tatsächlich nicht viele, wie ihr gesehen habt. Es sind so ein paar. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Chinesen gerade die Inflation oder die Fluten mit Modular Buildings irgendwie ein Ende gefunden hat. Es sind kaum schöne Modular Buildings zu finden, die irgendwo neu rauskommen. Es gibt natürlich noch ein paar alte Schöne, die man sich ziehen kann. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was letztes Jahr so in Q1 an Häusern vorgestellt wurde, dann ist dieses Jahr echt nicht viel geboten, leider. Und hoffe, dass da noch ein paar kommen. Und hoffe auch immer noch. Ich schaue jeden Tag, ob die Osoyang Modern Villa endlich erschienen ist. Aber bisher noch nicht. Die wird sofort geklickt, wenn sie kommt. Aber es gibt noch drei bis vier Sets, die dieses Jahr vom Markt gehen sollen. Bei Lego, also EOL gehen. Und die triggern auch. Auch die Gärten von Ninjago City, die reizen mich schon immer noch sehr, auch wenn ich mit Ninjago nichts zu tun habe. Aber irgendeines dieser drei großen Ninjago-Sets mal zu bauen, wäre schön. Und die anderen zwei sind preislich so ferner liefen. Das hier steht bei mir im Smith Toys bei 175 oder 79. Und wenn es irgendwann mal so bei 250 liegt, werde ich auf jeden Fall zuschlagen. Aber die kommt noch. Ein anderes Set, das auch dieses Jahr vom Markt gehen wird, was mich am Anfang überhaupt nicht so groß getriggert hat. Und jetzt über die letzten zweieinhalb Jahre immer mehr triggert, ist dieses hier. Die Mos Eisley Cantina. Einfach allein die Menge an... Ich weiß gar nicht warum. Es sind, glaube ich, schon viel die Figuren, die mich da triggern. Das findet man so... Ah, für 290 Euro kriegt man das schon irgendwo mit ein bisschen Hucken. Im Zweifel sogar mit einem guten Deal auch mal ein bisschen niedriger. Das reizt schon auch immer noch, dass es irgendwann bei mir landet. Genauso steht bei mir im Smith Toys eine ziemlich ramponierte UCS A-Wing immer noch für 165 Euro. Haben sie den reduziert, weil die Schachtel eben durch ist. Das ist so der Letzte, der da noch in der Ecke kauert. Und da stehe ich auch jedes Mal davor. So, hm, kaputte Schachtel. Jetzt sehe ich aber, dass er lose bei Ebay schon teilweise für 150, 160 verkauft wird. Also gebraucht. Bin ich auch immer noch am überlegen. Aber wohin mit diesem ganzen Raumschiff? Obwohl der A-Wing schon einer meiner Liebsten ist. Aus der Star Wars Saga, muss ich zugeben. Von daher ist es jedes Mal eine Überwindung, ihn dort stehen zu lassen. Wer kennt sowas noch? Und wer hat den A-Wing und würde sagen, 165 schlag zu. Da machst du nichts falsch. Gib mir mehr Trigger, damit es noch schwerer wird, ihn da stehen zu lassen. Dann noch ein kleiner Tipp, was auch vom Markt gehen soll, angeblich jetzt sehr zeitnah sogar, ist die Boba Fett. Die Boba Fett Helm, der wird nicht mehr lange am Markt sein, was man so liest. Und gibt es natürlich immer noch Spekulationen. Und noch steht da nicht auf letzte Chance bei Lego. Das machen sie ja auch nicht bei vielen Sets. Und wer den sucht, glaube ich, auf jeden Fall noch zugreifen. Denn der könnte sehr schnell, da es Boba Fett ist, Boba Fett hat irgendwie in der Star Wars Welt einfach immer so wie die Azuka oder so, keine Ahnung, Preis mal Phantom X oder so. Der könnte sehr schnell absurde Summen im Wert kriegen, habe ich das Gefühl. Genau, also wenn man haben will, glaube ich, ist jetzt noch die Zeit, irgendwo im April den sich zu schnappen. Denn ob noch mal eine Lieferung kommt, wird sich zeigen. Und was man so liest, nicht sehr wahrscheinlich. Neben dem Kevin House, was auch immer noch mitschwingt, ist das hier bei mir immer noch ganz oben auf der Wunschliste. So ein bisschen, finde ich, wie die Pirate Bay. Einfach so ein herausragendes Set, das man zum einen mal gebaut haben will und zum anderen am liebsten auch besitzen will. Das Treehouse, ich glaube, über das Set ist alles gesagt. Und viele finden es gut. Von daher gehe ich auch davon, oder nicht ich, sondern man liest so, irgendwann wird es mal vom Markt gehen. Auch wenn es noch mal kurz wieder aufgeploppt ist. Ob das noch ein weiteres Jahr am Markt ist, ist zu zweifeln. Wie ihr seht, ist es weiterhin bei Lego verfügbar. Genau, da waren jetzt, wie gesagt, gar nicht so viel Neue dabei. Aber so ist das. Es kommt nicht immer so viel Neues, sondern man muss dann gucken, was von den Alten man braucht. Ich habe eh letztens mal geguckt, es sind zumindest immer wieder viele Trigger, die an mir vorbei, also die ich als Trigger sehe, aber dann doch nicht kaufe. Das ist auch gut so, weil sonst würde hier langsam alles platzen. Das war mal so meine Runde, was gerade triggert. Und freue mich wie immer über eure Kommentare, wenn ihr einen Daumen da lasst. Wenn nicht getan, gerne das Abo und die Glocke klicken. Das hilft mir weiter. Und das war der Donnergurgel für heute. Lasst es euch gut gehen. Klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.